Wie die Polizei berichtete, stand den beiden Pflanzenfressern etwa der Sinn nach einem Cheeseburger oder frittierten Hähnchenstücken. Ob Ivan und sein Freund dort tatsächlich fündig geworden wären, bleibt fraglich, denn bevor sie im Schnellrestaurant nach Essbarem suchen konnten, was sie im Schnellrestaurant nach Essbarem suchen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.